Kennen Sie das? Sie möchten Ihre Patienten sicher versorgen und trotzdem passieren Fehler. Insbesondere im Bereich Medikamente ist ein Patient im Krankenhaus durchschnittlich einmal pro Tag von einem Fehler betroffen. Einige Patienten erleiden dadurch sogar schwere Schäden. Dies ist nicht nur ein Problem für Patienten, sondern auch für Sie als Mitarbeiter. Denn Sie selbst können durch anhaltende Schuldgefühle leiden und psychologisch Schaden nehmen, was bis zu Depressionen und Berufsaufgabe führen kann. Langjährige Erkenntnisse unter anderem aus Simulationsteamtrainings zeigen, dass handelnde Personen direkt nach einem Fehler meist sofort verstehen, was falsch war und wie es hätte richtig sein müssen. Das von Patientensicherheitsexperten entwickelte Stop-Injekt-Check-Prinzip setzt genau hier an. Die automatisch ablaufende Reflexionsschleife wird vor die Injektion gezogen, und hat somit enormes Potenzial, Schäden an Patienten und Mitarbeitenden zu reduzieren. Wenige Sekunden können also gravierende Medikationsfehler vermeiden. Wie funktioniert Stop-Injekt-Check genau? Nie mehr sofort Medikamente verabreichen, sondern unmittelbar vor der IV-Gabe ein kurzes Stop, nichts injizieren und einen Check einlegen. Beim Check wenden Sie zum Beispiel die 6R-Regel an. Richtiger Patient, richtiges Medikament, richtige Dosierung, richtige Applikation, richtiger Zeitpunkt, richtige Dokumentation. Nur wenn alles sicher ist und stimmt, nehmen Sie die Injektion vor. Die Asklepios-Kliniken setzen Stop-Injekt-Check bereits erfolgreich um. 39% der befragten Mitarbeitenden gaben an, dass dadurch ein oder mehr Fehler in einem Zeitraum von vier Wochen rechtzeitig verhindert werden konnten. Über 78% bewerten die Maßnahmen als sinnvoll und wenden das Prinzip regelmäßig an. 74% gaben an, dass sie durch Stop-Injekt-Check keine Zeit verlieren. Die Umsetzung von Stop-Injekt-Check mit dem Maßnahmenbündel, bestehend aus Aufklebern, Postern und Präsentationen, ist einfach, kostengünstig und führt nachweislich zu einer Erhöhung der Patienten- und Mitarbeitersicherheit und erfreut sich einer hohen Akzeptanz bei den Mitarbeitern. Wenden Sie es in Ihrem Alltag regelmäßig an und verbreiten Sie es in Ihrem Haus. Für mehr Informationen wenden Sie sich gern an den Konzernbereich Qualität. Die Prosekan- 그 Ein Lウ momentum Eine Die Ein La Wenden Sie Wenden Sie Untertitelung des ZDF, 2020